Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Ja, ich habe den Schnitt wissentlich gesetzt, weil jetzt geht's richtig ab. Der Unfall. Der Unfall. Der Unfall. Der Unfall. Sit still and be quiet. Mommy, look! Nalyn, sit back down. Nalyn, sit down right now. Child locks engaged. Mommy's just trying to keep you safe. You must never do that again. Okay? Mommy? 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 Nalyn! Mommy told you! See what happens? Nalyn! My leg! Mom! This is your fault! I'm sorry, Mommy! I'm sorry! Lassen Sie Skilla den Unfall verursachen. Das ist krass, oder? Jetzt mal ebenso. Zurückspulen. Klappt das jetzt grad nicht? Ah, falsche Taste. Ich kann mit dem nur hin und her wackeln. Drehen wir mal ein bisschen. Jetzt wissen wir aber auch, wo Nalyn ihre Narbe hat. Wer ihre Mama ist. Wer ihr Papa ist. Wobei ich das auch krass finde, dass sie dann, ich weiß gar nicht wie alt sie war. Sechsjährigen Kind die Schulter verkippt. Um. Um. W- thôi. Im. hurts hatte ich wegen der Laufung. Er ist noch nicht aufgesehen. Nein. Nein. Merde? Ja-Jax-Schein! Ja-Jax-Schein! Das war immer genau. Ja-Jax! Ja-Jax-Schein! Und nächstes Jahr, du bist derjenige in Birthday-Detail. Deine Frau hat es nicht möglich, seit sie mich verletzt, zu kaufen. Kann ich es jetzt? Bitte? Ich habe es jetzt. Bitte? Hast du die Zeit in der Lande? Hast du Zeit für meine Memo an Memorial Therapy? Ich bin nur mit Mama mit Mama. Hallo, meine kleine Smartie. Behörst du dich mit deiner Mutter, promise? Ich bin nicht überzeugt, dass die Kunden akzeptieren, deine Idee. Soarin' Memories scheint mir eher ein Argument zu mir. Oh Gott. Was ist das? Ah, das hat nicht gereicht. Komm schon, schnell! Oh, ich kriege die Krise mit diesem Rumgeröde da. Es war schlecht. Hast du Jax? Jax! Jax! Ja, ich habe. Und nächstes Jahr, du bist derjenige. Deine Frau hat es nicht möglich seitdem sie mich bekommen. Kann ich es jetzt haben? Bitte? Ich bin lustig. Charles, ich bin nicht überzeugt, dass die Kunden akzeptieren werden. Sore in Memories ist ein eher komerciales Argument. Ich wünsche mir das. Kannst du nicht vorstellen, die Möglichkeiten? Hast du Hunger? Wir sprechen über das morgen, okay? Nein, ich auch nicht. Ich glaube, es wäre so eine schlechte Idee, wenn deine Mutter vergessen wäre, dass es ihr Geburtstag war. Ich auch. Würdest du gehen mit mir gehen? Ja. Was ist das? Oh, shit! The Memo. Bad word! Bad word! Bad word! Daddy's gonna kill me. Mommy? Mommy? Hey, wake up. Mommy? Nalyn? It's all right. It's nothing. It's my fault, my darling. My leg. Mommy! 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 Maman. Min! Your leg! Oh, baby. It wasn't your fault. I should have been more careful. And it was your birthday. Oh, my poor girl. I am so sorry. I'm sorry, too. Ironic, no? President of Memorize, who refuses to forget the worst day of her life. I'd lost all this. All of it. Ma'am, the errorist agent has been spotted on your floor. A squad is on its way up. Thank you, Philippe. I'm ready for them. Ivers pulled us apart. But you will always remain my daughter. I'll never do anything to harm you. Maman, I... Take it! Run! It leads to the roof! Run! Remember you soon. Philippe. Tomorrow morning, we will reevaluate the strategy for the reconversion project. For now... Everyone go home. Return to your families. You too, Philippe. Certainly, ma'am. Thank you, ma'am. I'm gonna take a while. It's all. 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 Our only truth is our suffering. Ich bin die Frau von Scylla Cartier-Wells. Ich bin die Erhebliche der Memorized-Dinastie. Das ist eine Schraubende Worte. Als ich meine Begriffe habe, ein Gefühl von Purpose, jetzt bin ich wieder verloren in einem See of Uncertainty. Was für ein Schwertig-Games ist Edge spielen? Ich kann ihn nicht glauben. Ich kann ihn nicht glauben. Aber trotzdem, er möchte mich zeigen, dass seine Begriffe ist einfach. Also, eine letzte Mal, ich werde mein Leben in seine Hand und folgen seinen Weg. Er hat gesagt, dass die Erhebliche 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 ist, in der unter La Bastille. Das war die Begriffe für mich, um meine eigene Mutter zu verwenden. Eine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich habe meine Vergangenheit, um eine bessere Zukunft zu entwickeln. Und ich will Antworten. Episode 6 Verrotteter Kern Kenner der Bastille. 22.18 Uhr So, ich mache jetzt hier aber einen Schnitt. Ich weiß, der Part ist ein bisschen kürzer. Aber ich schneide das dann, obwohl, ich schneide das einfach mit dem kommenden Part zusammen. Und dann passt das schon wieder. Also, ich mache jetzt hier erstmal für mich eine Pause. Vor ein paar Tagen. Aber für euch geht es sofort weiter. Bis dahin. Ciao. Ciao. So, da wären wir wieder. Für euch sind jetzt so ein paar Sekunden vergangen. Für mich, ich glaube, ungefähr eine Woche. Ja. Wollen wir uns nochmal hier umgucken. Ich habe die ganze Steuer schon mal vergessen. Oh Moment. Mein wichtiger Zettel, den lege ich mir jetzt sofort parat. Um. Ja, reichen sie denn Fahrstuhl? Ja, der ist ja jetzt echt schwer zu finden. Aber ich würde mich gerne nochmal ein bisschen umgerufen. Ja, die Bastille ist ganz schön mitgenommen. Ich frage mich eh, wie wir jetzt so schnell da hingekommen sind. Naja, was solls. Äh, war das so? Ja. Na komm. Meine Kontrolle ist kaputt. Ich glaube, das ist echt anstrengend, das zu machen. So. Mama. Da sind Mäuse gewesen, hab ich da gesehen. Es passiert irgendetwas Schlimmes. Es passiert irgendetwas Schlimmes. Ich hab's gekürtet. Aua, das war gemein. Soll ich jetzt die ganze Zeit weglaufen? Weil ich hab ja irgendwie keine andere Option. Okay. Anscheinend. Das ist echt nicht nett hier. Moment, ich muss hier raus. Ich brauch mehr Platz. So, haben wir das Problem noch relativ schnell gelöst. Äh. Ist jetzt irgendwas gekommen? Übrigens, das sind die Gegner, die ich meinte. Obwohl, die sind ja jetzt mit dem Licht. Trotzdem. Also, sichtbar geworden. Aber es gibt auch welche, die im Licht unsichtbar bleiben. Ja, das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden ist ziemlich zermürbt. Und die Station nehme ich jetzt echt gerne in Anspruch. Roboter und Drohnen. Und Geschenke. Äh, da steht Neelin. Und da steht Bad Request. Was zur Hölle? Ah, da steht Bad Request. Aber wo ist das Ding? Hm. Kann ich hier runter? Tatsache. Vermutlich ist es sogar so einfach, dass es hier unten einfach rumliegt. Na, das war dann doch zu einfach. Oh. Okay. Ich möchte mich hier ehrlich gesagt noch mal umsehen. Das ist irgendwo von hier aus gesehen. Oder? Ja. Das spricht irgendwo von hier. Hm. Hier leuchtet aber nichts. Jetzt komme ich wahrscheinlich nicht weiter. Kriege ich einen gewischt? Nein! Was? Ich muss doch da wieder... Nein! Jetzt sag nicht, ich bin hier. Nein! Nein! Das lass ich nicht auf mir sitzen. Ich möchte da jetzt noch mal zurück. Ja. Ich bin voll. Gut. Weil das ist ja jetzt echt blöd gewesen. Ich bin hier mal dran. Ich bin hier mal dran. Ich bin hier mal dran. Oh. Warum nicht. Hm. Also müssen wir da hoch? Okay, ich versuch das jetzt. Warte mal. Gehör ich den Käfer? Glaube nicht. Ich versuch das. Ich versuch das. Ich versuch das. Ich habe es geschafft. Die Zache ist ein Pick-Socket. Perfect. Du kannst es benutzen, um die Zache zu verbreiten. Ich denke, ich werde erzählen, dass die Zache ist mein Geheimnis. Ist das alles? Der Piksockel knackt selbst die stärksten Sicherheitsschlösser, indem er sie mit einer Energieslave überlastet. Okay. 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 Kann ich die Dinger hier nicht mehr? Ah, jetzt geht's doch. Ich muss weiter bewegen. Ach, komm schon, Mädchen. Ja, das habe ich mir gedacht. Schade, den kann man nicht nehmen. Käfer. Da. Ah, dann schützt sie doch. Immerhin kann ich behaupten, dass ich fast die Äpfel bekunde. Piksockel, jetzt kann man durch Fenster feuern. Okay. Ich denke mal, es ist besser, wenn wir das mitnehmen. Hallo Roboter. Ich würde sagen, hier ist eine gute Stelle, wo wir erstmal Schluss machen können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Remember Me. Bis dahin. Tschau. Tschau. Tschau..